Die Sendung wurde vom NDR live. Ich bin vielseitig. Meine Kunden wollen exquisiten Käse, guten Wein und vor allem wollen sie ein großes Feuerwerk. Haben wir denn schon Silvester oder was? Viel besser. Das Drachenboot-Festival. Und wie könnte man ein Festival besser beenden, als eine Menge Zeug hochzujagen? Klingt, als kennst du den Markt. Das Problem ist, dass Clan Kelly auch mitmischen will. Sie haben Chinatown übernommen, meine Lieferung gestohlen und vor allem meine Kunden ausgeraubt, bevor die mich bezahlen konnten. Also soll ich die Sachen für dich zurückklauen? Nein, du sollst meine Konkurrenz ausschalten. Geh zu ihrem Versteck, zünde das Feuerwerk, um sie rauszujagen und Bäm! Bäm ist, wenn du ihnen den Schädel einschlägst. Verstanden. 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 Was verkaufst du noch so außer Waffen und Feuerwerk? Mann, ich kann dir alles besorgen. Sogar total abgedrehtes Zeug, falls du auf sowas stehst, Pierce. Vergiss, dass ich gefragt habe. Ich glaube, ich bin in Chinatown. Du glaubst? Keine Ahnung, ich bin neu hier. Schwebt über deinem Kopf ein riesiger holographischer Drache? Ähm, ja. Dann bist du in Chinatown. Schleich dich in die Kelly-Basis und zünde das Feuerwerk. Oh nein, ich bin Du faszinierst. Aha, ich bin ein wir jetzt. Und die Br Syd cabe, ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Oh, 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 oh. Das sollte das Steuerungsterminal sein. Ist das wirklich der beste Weg, um die Kellys rauszulocken? Was, möchtest du etwas schicke Einladungen verschicken? Denk nicht zu viel drüber nach, Pierce. Wir jagen ihre Waren hoch. Sie kommen angerannt. Oh, was für ein wunderbarer Anblick. Fast wie am 4. Juli, oder nicht? Es funktioniert. Kellys im Anmarsch. Super. Weit mal ein Teil, Jägersmann. Jägersmann? Verdammt, der Bus schluckt den Köder nicht. Neuer Plan. Du musst was hacken. Was hacken? Keine Ahnung. Du bist doch der Hacker-Man. Finde einen anderen Hub. Fang an, ihre Dateien zu löschen. So was halt. Lenk ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ich verliere langsam den Überblick bei all den Kosenamen. Legen wir los. Bitte wird das nicht. Okay, dann löschen wir doch mal das System. Hey, es geht gar nicht auf, Bro. Bro, ich werde hier sowas von gesetzt. Es funktioniert. Such noch so ein Ding zum hacken. Ich rücke vor. Okay, dann mal los. Was ist das? Ich stehe unter Beschuss! Wo steckst du? Alle runter! Ich habe das Schwein verloren. Weiter so, Cowboy. Jetzt kommen die dicken Fische aus ihrem Loch. An die Arbeit. Was ist das? Du bist tot. Oh, mein Scheiße. Wo kommt das denn her? Getroffen! Wo ist das Arschloch? Ich bin ein Gebetracht. Ich bin ein Gebetracht. Schiffe! Leg los! Da haben wir ein Schwergewicht. Das ist der Boss. Ausschalten. Dann ist die Chinatown-Nummer gelaufen. Treffer! Der unter Beschuss! Hier geht der Arsch auf Unterhaltende. Der unter Beschuss! Ziel ist ausgeschaltet. Sehr cool! Jetzt verzieh dich da! Wie viel Feuerwerkszeug hattest du denn da drin? Was soll ich sagen? Ich bin eine Großhändlerin. Hast mir echt geholfen, Pierce. Du kriegst deine Belohnung und ich sorge dafür, dass Conny bei ihrer nächsten Bestellung einen schönen Rabatt kriegt. Es ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns auf dem Track, Cowboy. Das darf nicht wahr sein. Du musst dich nicht verloren und verschwinden. Sonst... Also... Bye. Woo! Ruur! Ruo! Du musst dich dir chínhlly